Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Eis & Moor. Sie finden uns direkt am Hauptplatz Nummer 14 und unser Unternehmen gibt es bereits seit drei Jahren an diesem Standort. Unsere Mission lautet hochwertige Brillen zu einem erschwinglichen Preis. Bei uns kostet jede Einstärkenbrille 111 Euro und jede Gleitsichtbrille 222 Euro. Immer mit hochwertigen Kunststoffgläsern, immer mehrfach entspiegelt, immer mit 100-prozentigem UV-Schutz. Wir halten für Sie stets die neuesten Trends und Brillenmodelle bereit. Denn für uns ist eine Brille mehr als eine Sehhilfe. Für uns ist eine Brille ein Modestatement. Sie können Ihr individuelles Wunschbrillenpaket aus einer riesigen Auswahl selbst zusammenstellen. Egal ob Gleitsichtbrille oder Sonnenbrille, egal ob Sehtest oder individuelle Beratung. Wir sind für Sie da. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns.